Heute Abend in der Stuggi-Show, da wird es sportlich, denn wir haben den aktuellen Europameister im Ringen bei uns im Studio und gleichzeitig unsere Hoffnung für Olympia 2016 in Rio de Janeiro. Frank Stäbler, trainierst du gerade schon kräftig für Olympia, oder? Natürlich, die Olympischen Spiele ist ein großer Traum, ein großes Ziel. Danach lege ich meinen kompletten Tagesablauf, mein Leben aus, um dort erfolgreich dabei zu sein. Und wie der genau aussieht und ob überhaupt noch Zeit zum Feiern bleibt, eventuell auf dem Killesberg, das erfahrt ihr heute Abend um 18 Uhr bei Stuggi TV.